alter langer schuss krass wie weit 178 meter kürzer als erwartet ja noch welche sind da drüben noch welche was muss ich hier da hinten oh mein mann mann ist der schon final fantasy zustand okay 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 what the fuck man fährt er hoch oder warte warte hinlegen da 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 so wieso ist da muss ich dahin okay ah guck mal hier ja Mensch cool ihre eigenen plätze nice wo 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 duff alter alter krass Ich weiß nicht, ob das Absicht von dem Bauherrn ist Warm 272 Meter Geil, geil, geil Und zwischen die Augen Ah, klausenhaft What? Von wo? Wo, 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 wo? Alter, was? Alter, geh scharf Alter, krass Krass, wie weit die manchmal einfach entfernt sind 189 Meter Ah, mein, das ist präziser Oh, die rüben Oh, mein Gott War das schlecht Vergessen wir es Oh, scheiße, das muss ich jetzt wieder machen Oh, ficken Na, geil Best Jump ever Alter, war das schlecht Wieso spiele ich eigentlich immer so eine unreale Zwischenspiele? Oh, mein Gott Alter Ist, denke ich, jetzt schon da Da kommt der erst Ach, da kommt der erst, natürlich Der muss erst mal spawnen Ja, klar Der feine Heer muss erst mal spawnen Und runter Ich wusste es So, seht ihr noch welche? Da müsste noch einer sein Oder auch nicht Oder? Oder auch nicht Da oben ist noch keiner Der kommt wahrscheinlich jetzt Jetzt Erst Jetzt Ich hab's genau gewusst Ich spawned erst, wenn ich auf eine Gipschelstelle trete Na, super Boden-Trigger Das sind ja meine Liebsten Alter Der Russki-Wixer Da kriecht er sich einfach Wo? Oh, da Jetzt ist er da Klar Und zwischen die Dielen Yes So Ist hier da noch jemand? Nein, das klappt nicht Nein, ich mach nicht denselben Fehler nochmal Geh durch Wo? Alter Was? Was? Ach gut, die sind ja auch noch da Stimmt ja Der ist noch da Also die Karten sind echt riesig Das muss man im Spiel lassen Die müssen natürlich auch ein bisschen größer sein Sonst kann man ja nicht so eine Sniper-Action hier zeigen Sonst könnte man die gar nicht weit genug entfernen Und da oben ist noch einer, oder? Nein? Wo? Wo ist der? Wo? Alter? Oh, da? Oh, da Ach du Scheiße Habe ich dir jetzt mal schon gesiegt Keine Ahnung Wum 23 Meter Cool Und raus Und den Ding Gucken wir erstmal Ich bin hier Ich bin bereit für euch Wow, 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 wow Ich hab ihn gesehen Da ist er Da, da, da irgendwo Irgendwo da Ich hab ihn doch genau gesehen Ach, der hält seinen Punkt nicht Kluges Kirchen Ich glaube, das ist bis jetzt der klügste NPC aus dem anderen Spiel Der hat nämlich nicht nur eine bestimmte Position Aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr Perfekt Okay, hier rein Das war's Oh, okay Scharfschützenveteran Oh, okay So, Mission erfolgreich Dann machen wir gleich mal weiter Denn ich werde jetzt ein bisschen mehr aufnehmen Im Voraus gleich mal Vielleicht sogar mal mehr als eine Stunde Okay Ich machte mich sofort auf den Weg Und betete, dass ich noch Zeit hatte Ich musste meine Position für die Zerstörung der Rakete einnehmen Das war schon schwer genug Aber noch schlimmer war, dass nur ein voller Treibstoff Auftank eine Explosion auslösen würde Die stark genug war, um alle Spuren des Tabuns zu verbrennen Mir blieb nur ein kleines Zeitfenster Zwischen dem Auftanken Und dem Start Okay, alles klar Das Köpenix Silo Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende Schade, ich dachte, das Spiel geht noch länger Und voll entschieden Okay, das war natürlich ein bisschen unnötig Weil die Maus Empfindlichkeit gerade ein bisschen runter war Wegen dem Zoom Und der Slow-Mo Na, du kommst doch gleich hier rum, oder? Ja, ich wusste es Alter Blöder Wichser Da muss ich nicht zielen Ey Mach nicht so einen Stress, Junge Ich hab genug Stress im Alltag Okay Und Deckung Der müsste da um die Ecke sein Genau Okay, das ist noch ein anderer Ich kann irgendwie nicht treffen Warum auch immer Ach krass, sieht das Alter Wahnsinn What? Anzert Wollte mich eigentlich verkackern Ich kann keinen russischen Akzent Sorry Und irgendwie Verstecke ich mich gerade wegen des Zoom Weil ich Angst habe, den Kontrollpunkt immer da Und da hinten ist einer Nicht? Ah, da Da, 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 da Ich hab ihn gesehen Versteckt sich da Fast Da, 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 da Nie getroffen, natürlich Ich vermisse gerade die Bullet Cam ein bisschen Übrigens Ich glaub ich hab das schon mal erwähnt Aber ich werd auf jeden Fall Die Kill Hitler Mission Auch noch machen am Ende Als Bonus Weil ich Das DLC ja gekauft hab Und das würde ich nicht verschwenden Diese 1,99€ Ja, das war im Angebot Genau wie das Spiel Hauptspiel selbst War alles zu der Alter Willer und Stern War alles zu der Zeit Im Angebot Und das war natürlich nützlich Boah, so viele Schütztürme hier Äh, Schütze Nicht Keine Türme Nur Schütze Mit diesen PSSH-Waffen Diese Schütze Die großen Schönen PS Sind fast schon so schlecht Wie die Wie die Toms Ich geh mal rückwärts Weil ich vermute Dass wir gleich noch welche Nein Okay Uh, cool Wenn ich das V2-Raketen-Silo Alles klar Uiuiuiuiui Was auch im Vorteil des Spiels ist Ähm Man muss eigentlich Gar nicht mal so genau wissen Was man überhaupt zu tun hat Man kann einfach loslaufen Zur Stelle gehen Wo man hin soll Und dann wird man sich rausfinden Was man machen muss Und das ist, äh Ein Vorteil für Leute Die Nicht sowas mit Story am Hut haben Sondern nur ballern wollen Das ist mal wieder ein Pluspunkt Fürs Spiel Dass man auch die respektiert Die, äh Nicht gleich so Nicht gleich an Story denken Sondern eher ans Schießen Ballern Headshots verteilen Wie ganz normalen Casual-Shooter Alter Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Ist jetzt so tot Alter Was sind das für Scheiße, ey Alter, ist das Ist das erniedrigent, wenn ich hier so einen Scheiß veranstalte Alter Wieso werden nicht Tänzer? Anstatt zur Armee zu gehen, ey Zur Mutter Landwacht Ist hier wieder einer drin? Nein, okay Hobby ist Munition Aufstehen Stolper um ihn? Okay Ähm Ich muss da hinten hin Muss ich hier durch? Uiuiui Von hier komme ich, äh Wie komme ich da hinten hin? Wenn ich da Also ich muss da ja Entweder muss ich da hin Oder ich muss das wieder abballern Das ist mir nicht so klar Ja, ich muss da hinten Okay Okay Also